Hallo zusammen, hier ist wieder Otsila und heute besteht er für euch in Battle for Esser Stadt unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg, keinen Schritt weiter und für diesen müssen wir den wiedergeborenen Zool im Uldir auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, ohne dass ein Spielercharakter auf den inneren Ring des Tors der Vergessenheit tritt. Und der innere Ring des Tors der Vergessenheit ist quasi das Ding, was wir nach dem Bosskampf entfernen können, dass wir zum Mythrax runterkommen. Also sprich dieses, ja, Viereck ist es nicht, Achteck ist es, oder? Es ist ein Viereck mit eingeeckten Ecken in der Mitte, also sprich auf das goldene Ding in der Mitte darf es halt nicht drauf treten. Ja, heißt, man braucht möglichst viele Rangers, die einfach auf den Boss durchziehen, denn wir wollen den Boss in die zweite Phase bringen und erst dann kommt er raus. Die Tanks und Millis, ja, schauen hier ein bisschen in die Röhre, denn sie stehen einfach draußen und sind damit beschäftigt, hier diese kleinen Crocs aufzusammeln, die Tanks bzw. Millis, sie zu damagen. Und ihr müsst vor allem gucken, dass in die Bluthexen Range kickt, dass sie rankommen, dass ihr sie hier wegkillen könnt mit den Millis, denn die Ranges sind damit beschäftigt, einfach zu runter zu dpsen. Zwei Sachen sind hier relativ wichtig, und zwar, diese kleinen Viecher, die einvieren, sind hier die größte Gefahr, denn sie können einvieren und im gevierten Zustand läuft man doch relativ schnell mal, ja, in diesen, ja, in diesen Ring innen rein und verkackt quasi das Achievement. Deswegen sollt ihr ja gucken, dass ihr die Viers außen ablegt. Wir haben da so einen Mark links gemacht, da läuft man einfach raus, legt den Mist ab und dann kommt ein Dispel drauf. Also das muss auf jeden Fall klappen. Steht vielleicht auch nicht ganz so nah an dem Ring dran, falls ihr dann doch mal geviert werdet, dass ihr nicht instant reingefiert werdet. Ihr seht, da wurden die Dinger draußen abgelegt, instant dispelled, dann ist das alles kein Stress. Sonst wird hier einfach durchgedamaged und, wie gesagt, die Millis und Tanks machen hier einfach im Camp das Zeug. Wir haben uns hier strategisch einigermaßen clever aufgestellt, und zwar seht ihr hinter uns diesen, ja, kleinen Pillar, der uns vor dem Knockback bewahrt. Denn wenn ein Tool in die zweite Phase geht, dann macht er einen Knockback und normalerweise sollte man relativ weit in der Mitte stehen, dass der Knockback eigentlich von der Plattform kickt. Wir können aber hier nicht in der Mitte stehen, denn wir wollen ja das Achievement machen und das funktioniert nicht. Deswegen stellen wir uns an einen so einen Pillar hier an den Seiten hin und lassen uns, sobald er in die Phase geht, einfach dagegen kicken und haben dann kein Problem. Also da solltet ihr ein bisschen aufpassen. Bei den Bluthexen, wir hatten jetzt sehr, sehr viele Ranges, solltet ihr vielleicht auch umswitchen. Ihr wollt nämlich keinen so einen Blut haben, weil ihr werdet ihm schlecht her, ihr könnt ihm nicht nachlaufen und solchen Geschichten. Also dahingehend solltet ihr ein bisschen gucken. Jetzt habt ihr gerade gesehen, hier haben wir diesen Knockback. Und wir haben es jetzt so gemacht, dass wir HT auch aufgespart haben und dann quasi hier HT ziehen, weil wir in der letzten Phase noch ein bisschen ätzender behakt werden von den Viers und da die größte Gefahr liegt, in der letzten Phase das nochmal zu verkacken beziehungsweise wir auch relativ schnell die Plattform hier voll haben, denn wir können uns ja nicht in die Mitte stellen. Ihr seht, hier haben wir wieder diese Viers, deswegen relativ weit außen stehen am besten und hier mit dem Blut haben wir auch nicht sonderlich viel Platz, weil wir ja nur nach rechts und links laufen können und nicht über die Mitte rennen können. Wir haben das Ganze hier auch mit einer Hand des Schutzes gespielt, dass wir das Ding relativ schnell ablegen. Heißt, ja, Tank, der ihn als erstes tankt, das war ich in dem Fall, kriegt die Stacks, rennt nach außen, Hand des Schutzes und dann nimmt man das Instant mit runter. Und ihr seht, hier haben wir wieder die Viers, möglichst ein bisschen außen stehen, dass man halt nicht in die Mitte reingeführt wird. Das war's, wir haben das Achievement hier gleich auf dem First Try gemacht. Sonderlich schwierig ist es nicht, wenn ihr die ganzen Dinge, die ich euch eben erzählt habe, ein bisschen beherzigt. Und möglichst viele Ranges zu haben, ist hier natürlich von Vorteil. Denke ich mal, brauche ich keinem mehr erzählen, Millis stehen halt hier mehr rum, als das sie machen, leider, zumindest in der ersten Phase. Ja, das war der kleine Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.